Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr mit Cartoon-Bildern auf Fiverr Geld verdienen könnt. Das heißt, wie ihr beispielsweise ein Bild von einer Person in ein Cartoon umwandeln könnt und dieses an die Person verkaufen könnt. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Es gibt praktisch unendlich viele Nischen auf Fiverr und es gibt viele, viele Wege, wie ihr Geld verdienen könnt. Die Nische, die ich euch heute aber zeigen möchte, ist meines Erachtens eine der einfachsten Nischen und vor allen Dingen, ihr braucht auch absolut gar keine Vorkenntnisse. Ihr braucht nur eine einzige App, um diese Cartoons erstellen zu können. Bevor ich aber mehr über das Thema mit euch spreche, würde ich euch gerne nochmal eine persönliche Empfehlung geben, nämlich den Kanal Organisiere Deine Finanzen. Ich hatte den Kanal schon mal gestern in einem meiner Videos vorgestellt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu seinem Kanal. Er macht Videos rund ums Thema Finanzen, zum Beispiel gestern, beziehungsweise vor zwei Tagen, ein Video rund ums Thema Bondora Go & Grow oder bestimmte Apps, mit denen man Geld verdienen kann, wie man richtig investiert und so weiter und so fort. Kann den Kanal sehr empfehlen. Link befindet sich in der Videobeschreibung. Gut, kommen wir dann aber zum eigentlichen Thema vom heutigen Video, nämlich Fiverr, beziehungsweise diese spezifische Fiverr-Nische. Wenn ihr einfach mal auf Fiverr geht und ihr gebt ein, zum Beispiel so etwas wie Cartoon oder Cartoon Image oder sowas, dann werdet ihr sehen, dass sehr, sehr viele Leute diese Art Cartoon-Bilder hier anbieten. Manche Cartoon-Bilder sind etwas simpler, manche sind etwas aufwendiger, aber ihr könnt diese Cartoon-Bilder wirklich unglaublich einfacher stellen mit nur einer einzigen App. Und diese App nennt sich Stovi. Über diese App wollen wir gleich zusammen drüber gehen. Ich möchte euch zeigen, wie man das innerhalb der App machen kann. Aber das Ergebnis, sage ich jetzt mal, von dem, was aus der App rauskommt, ist dann praktisch sowas hier. Nämlich ihr seht hier, das ist zum Beispiel mein Profilfoto, das ich abgeändert habe in praktisch dieses Cartoon-Foto. Und das könnt ihr halt auch mit jeder Person machen, die dann bei euch das Ganze bestellt. Das heißt, es wird sicherlich viele Leute geben, die zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mein Facebook-Profilfoto oder mein Instagram-Profilfoto oder was auch immer, würde ich gerne abgewandelt haben in so einen Cartoon. Und da könnt ihr, wie gesagt, einfach diese App verwenden und könnt daraus dieses Cartoon hier machen. Wir sehen es hier, dieser Gig praktisch ist bepreist mit 5 Dollar. Das heißt, eins von diesen Cartoons wird verkauft für 5 Dollar. Ihr werdet gleich diese App, wie gesagt, sehen. Denn die kostet zwar ein bisschen was und die ist auch relativ teuer, muss ich ehrlich zugeben. Die kostet nämlich, ich glaube, 7 Dollar pro Woche, was natürlich ziemlich teuer ist. Wenn ihr natürlich aber das Ganze über einen längeren Zeitraum bucht, dann wird es natürlich um einiges günstiger. Es wäre natürlich aber dann auch sinnvoll, wenn ihr nicht nur vielleicht einen Kunden im Monat habt, sondern halt schon ein paar Kunden habt. Ihr seht es halt, wie gesagt, auch an diesem Gig hier. Es wurden schon sehr, sehr viele Orders tatsächlich abgearbeitet in dieser Nische. Das heißt, man kriegt hier nicht nur eine einzige Order, sondern sehr, sehr viele Orders. Man muss natürlich sich auch ein bisschen selbst promoten können. Aber wenn man dann erst mal, wie gesagt, erst mal mit der App gearbeitet hat und die ersten Cartoons erstellt hat, dann wird das Ganze auch sehr, sehr einfach. Und vor allen Dingen, dann spielen auch die laufenden Kosten von dieser App jetzt nicht so eine große Rolle. Nämlich gehen wir davon aus, dieser Gig hat 242 Bewertungen. Sagen wir mal, 1 aus 10 Personen hat hier eine Bewertung dargelassen. Das sind ungefähr, sagen wir mal, 2.000 Leute, die hier bestellt haben oder 2.400 Leute. Wenn ich das jetzt mal 5 rechne, sind wir ungefähr bei Einnahmen von 10.000, 12.000 Euro oder sowas. Das heißt, wenn wir zum Beispiel laufende Kosten von irgendwie sowas wie 20 Euro oder so im Monat haben für die App, dann ist das jetzt wirklich kein Ding. Natürlich muss man aber davon ausgehen, dass man schon am Anfang ein bisschen Geld vorstrecken muss, einfach für diese App. Aber dann, wenn die Aufträge reinkommen, dann ist das wirklich kein Problem mehr. Gut, jetzt habe ich aber genug gesprochen. Gehen wir einfach mal zusammen in die App ein, rein und schauen wir uns das Ganze mal praktisch an. Ihr müsstet natürlich zuallererst in den App Store reingehen und müsstet euch die App herunterladen. Soweit ich weiß, gibt es die für Android als auch für den Apple App Store. Und hier sehen wir es übrigens auch. Die App, wie gesagt, Stovi wurde auch relativ gut schon bereits bewertet. Es gibt viele Leute, die mit der App arbeiten und die damit sehr, sehr zufrieden sind. Und sobald ihr euch die App hier heruntergeladen habt, dann, wie gesagt, müsst ihr einfach nur in die App reingehen. Und dann gibt es hier die Option Comic Style. Das heißt, einfach, wie gesagt, hier draufklicken. Und dann könnt ihr hier jederzeit euer Comic Bild praktisch erstellen. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo wir halt die Person erstmal sehen. Und dann sehen wir das Bild in praktisch ein Comic umgewandelt. Und damit, wie gesagt, könntet ihr dann jederzeit diese Comics hier erstellen. Und die anschließend dann auch über Fiverr verkaufen. Das heißt, ihr müsstet jetzt hier unten einfach nur noch auf Select klicken. Und sobald ihr auf Select geklickt habt, könnt ihr dann ein Foto hochladen von eurem Handy. Das könnte, wie gesagt, dann das Foto von dem Kunden sein. Könnt das dann in den Editor reinladen. Und dann wird es automatisiert in ein Comic Foto umgewandelt. Und ihr könnt es dann direkt über Fiverr verkaufen. Das heißt, ihr könnt dann das Foto nehmen und das, wie gesagt, an den Kunden schicken. Und kriegt dann, sagen wir mal, 5 Dollar von jedem Kunden für den jeweiligen Auftrag. Gut, das war es eigentlich schon hier für dieses Video. Viel mehr ist es nicht. Schaut euch auf jeden Fall mal diese App hier an. Geht ziemlich, ziemlich einfach. Und genau, wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.